Ok, in die Luxury-Suite. Und jemand darf ihn sehen. Hey, there's an autodroid in here. Yeah, it's preparing the room, just ignore it. I need to turn the insta-delivery device on. Please stop turning on devices. Turning off. What the? Turning off. Please stop turning on devices. Turning off. This machine is supposed to bring your suitcase here, right? Yeah. If it wasn't for this damn droid. God, I hate this stupid robot. The room is not ready. Turning. Please stop turning on devices. Turning off. Turning off. Turning off. Turning off. Turning off. Oh, stop turning everything off. God, I hate this stupid robot. The room is not ready yet. Turning off. Dock it off, Wall-E. Please stop turning on devices. Turning off. Dock it off, Wall-E. Can we this shit robot stop? Can we just turn off? Dock it off. I hate this stupid robot. Please stop turning on devices. Turning off. Turning off. Turning off. Can we just turn off? Can we just turn off one? Nee. Kommt sofort hier hin. Ich denke, es ist schon wieder zu weit. Komm schon. Ja, lass es sein. Nerv nicht. Stop turning everything off. Knock it off Wally. God I hate this stupid robot. Knock it off Wally. Turning off. Room is not ready yet. Turning off device. Please stop turning on devices. Turning off. Orsen nerf der robot. Stop turning everything off. Turning off. God I hate this stupid robot. Room is not ready yet. Please stop turning. Please stop turning on devices. Turning off. Stop turning everything off. Turning off device. Let's get rid of dahin. God I hate this stupid robot. There you go. Knock it off Wally. I hate this stupid robot. God I hate this stupid robot. Please stop turning on devices. Please stop turning on devices. Turning off Wally. Room is not. Please turning off. Lass es doch sein. Room is not ready yet. Turning off device. Oh stop turning everything off. Please stop turning off. Turning off. Was muss ich hier wieder machen, damit dieser... Toffe Robots hört. I hate this stupid robot. What? Oh stop turning off. Oh stop turning everything off. Oh stop turning off. Oh stop turning off. Room is not ready yet. Oh stop turning on devices. Oh stop turning off. Oh god I hate this stupid robot. What? always coming up. No Saint pepper. Time for." Tdeath by, O type 2. Natürlich fährt er da hin. This crawling off sill. vielleicht jetzt habe ich irgendwas falsch verstanden was müssen wir machen genau habe ich schon wieder irgendwie fast falsch verstanden gibt es irgendwo hinweise es muss ja blinken theoretisch dann kommt eben der scheißrobote dazwischen und jetzt blinken die wieder nicht ich glaube es ist auch ein bisschen buggy ich glaube es ist ein bisschen buggy jetzt geht er wieder dahin braucht das irgendwie 10 sekunden oder was lasst es doch sein was alles gut tamir jetzt geht er wieder dahin ist klar natürlich geht er wieder zurück und jetzt blinkt das scheißteil wieder nicht ach man ist das doof und gleich geht er wieder zurück natürlich ist klar ich verstehe das ist ein Part nicht und das Teil blinkt wieder nicht es muss glaube ich blinken und jetzt blinkt es wieder nicht jungen ist das doof und dann muss ich warten das schlecht anstatt dass das alles nach der reinfolge irgendwie dass er sieht vielleicht so in dem Sinn dann schalte ich zuerst das hier an dann ey das nervt mich grad ziemlich das ist irgendwie ein bisschen buggy und auch bescheuert so zu blinken so zu blinken ich ass ihn auch ich bleibe bений vielleicht jetzt dann geht er direkt wieder dahin ich stehe jetzt in dem Sinn ja nicht nur in dem Sinn ja nicht nur in dem Sinn das ist unglaublich und dann schalte ich ja nicht nur in dem Sinn Ich verstehe sein Verhalten nicht. Ich verstehe es nicht. Und gleich geht wieder dahin, natürlich. Natürlich Vollgas dahin, ist klar. Ist das doof. Ich glaube, ich mache kurz eine Pause und starte hier den Checkpoint neu. Wir sehen uns gleich wieder. Alright, da bin ich wieder. Ich habe schon wieder was übersehen. Man kann den Droid hier einfach einsperren. Alter. Doof. Oh. 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 Das ist das, was ich kenne Teamwork. Ja, aber ich fühle mich ein bisschen schuldig über diesen Droid-Droid. Kannst du schon hier sein? Nein, nein, nein. Du hast nicht den Badge um zu erreichen, also technisch bist du noch nicht in der room. Und deswegen muss ich automatisch re-Direkt meine suitcase durch die Insta-Delivery-Kopie. Es ist okay, Kovacs. Ich muss nicht wissen, dass ich jeden Detail. Es ist nur, dass dieses Plan ein bisschen confusing ist. Ah, einfach lass es mir, okay? Gib mir einen Sekunden. Natürlich. Oh, oh, oh. Wo bist du, du tacky hideous suitcase? Das ist, um den Hatch zu öffnen und zu öffnen. Hmm. Das ändert die Richtung des Konveyor-Belt. Natürlich habe ich wieder zu weit gedacht. Ah, da ist es. Ich muss den Konveyor-Belt wieder auf der Suite re-Route, um ihn zu der Suite zu erreichen. Mal sehen. Äh, was? Äh, was? Wir müssen wohin da runter? Nee! Falsch! Ich mach da nochmal eine extra Runde, glaub ich. nicht. Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Wo ist das? Wo ist das? Äh, nicht ganz. B, E. Nee, es muss bei E rauskommen. Also muss das... Alter! Äh, nicht ganz. Ich wisse das Akhir. Okay. es geht hier bei d lang be das ende bloß hier die richtung das ist kompliziert jetzt geht es zu b B.E.T. Bisschen verwirrend schön danke jetzt haben wir einen Badge damit kommen wir jetzt in die anderen Räune wahrscheinlich mal schauen hello fellows hello hello hey you group six pal a PA called group six to the bus stop just a few minutes ago oh really uh thank you so much you're welcome oh and by the way i have to say your look is amazing man straight from the good old 70s ah haha thank you bye good old 70s what year are we in we're in 2023 we're in the future lower your voice dammit it's arcadia that's in the past it's always been i'll explain it to you later mees have a nice day in arcadia sir dacke but i'm afraid today is my last day in the city oh we're so sorry to see you leave but please come back soon Trevor what are you doing you planning on becoming BFS with the clerk i was just being polite what is being polite an old-fashioned custom in 2023 or what schon ein bisschen je nachdem wie man sieht group six please come to the backyard bus stop group six group six please come to the backyard bus stop ja ich gehöre zu gruppe six eigentlich müsste das mega crazy für ihn sein weil er jetzt ja das erste mal aussen außerhalb dieser dome ist Trevor it's almost over there's the bus don't do anything stupid just get on and zip your trap until we reach the checkpoint naia group six please with me here i i know we were supposed to be leaving in a few minutes but uh there seems to be some sort of last minute problem with our bus uh but don't worry our good friend Antonio is gonna try to fix it and i am sure we will be on the road in a jiffy so don't worry folks i guarantee you we will make it to the central station in time oh no way you gotta be kidding me this is my potion we have no the words on our dias? awful super 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 super